Die Hülschen, die Hülschen, die Hülschen! Wir befinden uns am Anfang von Christopher Striebe hier in Berlin. Und hier ist ein besonders origineller Wagen. Aber wie Alfonso gesagt hatte, wir sind heute nicht hier, um bunte Kostüme zu zeigen und zu sagen, naja, ist alles lustig irgendwie, sondern der Kampf geht weiter, trotz Ehe für alle geht der Kampf für die Gleichberechtigung für Gay, Lesbien, Transgender weiter. Und das wird heute mit einer machtvollen Demonstration hier auf die Straße gebracht, hier am Wittenbergplatz. Es ist und bleibt eine politische Demonstration. Gerade in den Zeiten, wo rechte Parteien immer mehr an Stimmen gewinnen. Und regelmäßig, wenn der CSD hier stattfindet, bricht das Funknetz zusammen. Beidegen! 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 Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, danke! Hi! Hallo! Cool. Hallo! Hallo! Hey! Wie geht's mal? Wir haben hier. Ja! Vielen Dank.